hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von bitblaster xl leider ohne grotti ich sehe gerade ich habe meinen ich habe meine stats verloren und gott finde ich gerade schlecht ja nee am neuen pc habe ich meine 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 meinen alten score leider nicht aber das gibt uns ein bloß bloß den grund ja 19 ich muss das bloß aufrechterhalten ja die folge ist ohne let's quote die denn ich habe den aufnahmetermin verpennt den wir gehabt hätten jetzt genau deswegen bin ich jetzt noch hier schnell am folgen aufnehmen mann warum gehe ich da auch so rein alter aus jetzt nicht mehr ist jetzt nicht der super bitblaster xl denn ja ich glaube es ist sogar die folge die steuerung in dem game ist einfach schlägt muni 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 die musik wird aber nicht schneller je länger das game geht oder müssen wir nachschauen und ich muss mal besser schießen können genau dem brauchen wir gerade noch erwischt ja schön ich bin schon wieder sehr konzentriert ich bin schon wieder oh 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 god Oh mein Gott, wenn wieder ein Schild. Ah, wir haben den Schild wieder verloren. Nein! Alter, das war gut. Das war sehr gut. Oh, treffen wir ein junger Gott, Alter. Und verkacken wir ihn, junger Gott. Okay. Oh, schade. Oh! Ah, komm! Oh Gott! Okay, okay, okay. Uh! Uh, uh! Schön. 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 Ach, das hat er nicht! Ah, das ist ein zielsuchendes Ding. Oh, oder auch nicht. Doch, es ist schon zielsuchend. Quelle Sachen treffen, ohne dass man darauf schießt. Das ist... okay höchste konzentration ist das so ein abpraller? das ist ein abpraller oh gott alles einsammeln oh shit mein Schild wuhu nein oh da konnte ich jetzt leider nicht mehr ausweichen wir werden besser wir werden besser okay vergisst was ich gesagt das war ja mega shit gerade ich weiß nicht was ich finde diese Waffe halten soll jetzt wirds langsam traurig okay okay ach nicht das schon wieder haha aber der sound ist geil aber der sound ist geil oh gott what is money what is money nein ich habe mein Schild für das Geld verloren shit oh wir haben 15 Ja. Wait. Ach so, lol. Ich hab gar keine mehr. Ah nein. Ich hab alle Schiffe auch verloren. Okay. Was ist der Unterschied bei dir? Warum bist du anders? Der schießt schneller, oder? Ich glaub, der schießt schneller. Machen die Dinge irgendwo... Nee. Oh Gott. Ich hab kein Schild mehr, was mich beschützt. Oh, komm, treff doch. Warte. Nein. Okay. Interesting. Ach, da standen die Werte. Oh Gott, bist du ein Orschi. Ja, okay. Triff halt nicht. Okay. Ich bin verwirrt. Jetzt soll ich mich mal mehr reinlesen, was diese... ...schiellen Schiffe können. Oh, schön. Das ist schön. Okay. Geil. Wenn die einfach durch die Kugeln durchgehen. Jetzt hab ich schon zwei Schilder verloren. Vielen Dank dafür. Jo, wie's durchgeht. Oh, Gott. Alter, dass ich halt auch nicht treffe. Okay. Warte. Wer sind die Leaders? Oh, da öffnet der Steam. 2.147. Nee. Das ist mehr. 2.147.483.647. Das ist doch... Das geht... Nee. Der Unterschied. 2.154.930. Das kann doch nicht sein. Ja, all right. Gut, da würde ich sagen, das war's mit der Folge. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefahren hat. Schaut mal das Revier vorbei. Schaut mal das Twitch-Kanal vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.